...Roma, um den künftigen Europa-Cup-Gegner zu beobachten. Und die beiden Trainer, Branko Elsner und Gustl Starik, waren hier vor sechs Jahren noch ein Team gewesen. Beim 1-1 Österreichs gegen die Schweiz war Starik Elsners Assistent. Heute trafen die beiden als Gegner aufeinander. Rapid ganz in Weiß, ohne Fjordhoff und Schöttl von rechts nach links. Wack Hensburg in grün-schwarz, ohne Schneider, Spielmann, Linsmeier und Westerthaler. 7.000 Zuschauer und Gewitterregen am Tivoli. Und die erste Möglichkeit für Rapid, aber Rodax scheitert am Torritter Milan Oraschek. Rapid sehr defensiv, attackiert sehr früh, leistet viel Laufarbeit. Michael Bauer, guter Schuss von Michael Bauer. Kühlbauer, Rapid mit geschickter Raumaufteilung. Immer Kühlbauer. Toraschek, Winsburger Tor hat etwas Mühe. Kühlbauer. Kühlbauer gegen Hartmann. Kühlbauer tritt nach, kommt aber ohne Bestrafung durch Schiedsrichter Holzmann davon. Glück für Rapid nach 15 Minuten. Nach 20 offenen, ausgeglichenen Minuten übernimmt Innsbruck das Kommando. Kirchler. Gussnig zu spät. Die erste große Innsbrucker Möglichkeit dahinten. Vertarnt von Rudi Gussnig. Watzinger. Danek. Prima, Danek. Gut gehalten. Von Michael Konzl. Michael Bauer. Knapp vorbeider Schuss. Behn. Gussnig. Mario Behn. Petzl attackiert korrekt. Kein Elfmeter, so wie es das Publikum gerne gesehen hätte. Kein Elfmeter gegen Mario Behn. Watzinger. Bauerverfehler. Immer wieder kann sich Rapid befreien. Und sorgenvolle Miene bei Franco Elsner. Nur mehr ganz selten die Angriffe Rapids. Rodax. Gegen Watzinger. Rodax problemlos. Vom Ball getrennt. Halbzeitstand 0 zu 0. Die zweite Spielhälfte. Rapid noch defensiver. Wackensburg noch offensiver. Watzinger. Guter Haken. Guter Schuss. Robert Watzinger. Wieder Wackensburg. Medlitzki foult Lorenz. Gelbe Karte. Für Medlitzki. Die dritte in diesem Spiel. Freistoß für die Tiroler. Und ständiges Verzögern. Beim Formieren der Mauer. So als gäbe es die neuen Regeln. Als gäbe es sie. Ganz einfach nicht. Baul von Kühlbauer. Wieder Freistoß. Und wieder. Keine neuen Meter. Wieder Spielverzögerung. Schiedsrichter Holzmann reagiert. Darauf einfach nicht. Bauer. Der Freistoß. Lorenz. Bauer. Plötzlich verstolpert Lorenz. Konzler hält weiterhin. 0 zu 0. Und es bleibt dabei. Der FC Wacker und Rapid trennen sich 0 zu 0. Und das Resümee des AS Roma Sportdirektors. Ich glaube, dass das Spiel geprägt war vom spielerischen Verhalten Rapids. Die wollten unbedingt ein Unentschieden. Rapid hat 20 Minuten gut gespielt. Dann nachgeladen. Innsbruck hat alles probiert. Aber Rapid hat sich mit elf Mann verteidigt. Somit war es schwer. Auch mit dem immer schwereren Boden. Wegen des Regens. Da lässt die Präzision nach. Man kommt schwer zu Toren. Außer vielleicht mit einem Weitschuss. Am Ende schien es mir, als könnte Innsbruck konditionell noch zulegen, während Rapid schon müde war. Und dies ist ein Indiz für Innsbrucks ausgezeichnete Kondition. Ja, keine Tore auf dem Pivoli. Aber das 0 zu 0 ist zweifellos ein Erfolg für Rapid. In Sankt Völken kam...